Herzlich willkommen meine Damen und Herren, heute nur ganz kurz das Thema Maske. Ich habe vor etwa zwei bis drei Wochen ein Mail von einem Zuschauer dieses Kanals bekommen, der bat um Anonymität. Er schrieb mir, ich bin Vater eines Sohnes, der nun in Bayern in die fünfte Klasse kommt. Und er machte mich darauf aufmerksam, das habe ich nicht auswendig gewusst, dass die Staatsregierung beschlossen hatte zum damaligen Zeitpunkt, dass es eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht für die ersten zwei Wochen geben soll. Und dann schrieb mir der Mann, dass er zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr war, da auch die übliche staatsbürgerliche Ausbildung gemacht hat. Und da hat man ihm auch, wie vielen anderen natürlich gesagt, dass es eine starke Einschränkung der Grundrechte geben kann, dass da aber immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss. Und das wollte er von der bayerischen Staatsregierung wissen, wie das in diesem Fall abgewogen worden ist. Er hat mir dann nicht mehr geschrieben, deswegen nehme ich an, dass er keine Antwort bekommen hat. Er schrieb im ersten Mail, daher bin ich der Meinung, wenn der Freistaat Bayern die Grundrechte meines Kindes einschränkt, habe ich auch ein Recht darauf zu erfahren, wie die zugrunde liegende Rechtsgüterabwägung ausgefallen ist. So, und wie es der Zufall will, habe ich noch ein Mail bekommen von einem Mediziner, der hat mich verwiesen auf eine Doktorarbeit, die 2004 geschrieben worden ist, die man heute noch im Internet findet. Ich habe Ihnen den Link unter dem Video auch reingepastet, da können Sie das nachschauen. Da hat eine Doktorandin untersucht, welche Auswirkungen das Tragen von einfachen Schutzmasken über eine Zeit von 30 Minuten hat und was dann passieren kann. Da wurde festgestellt, dass es zu einer Hyperaknie kommen kann. Das sind Mediziner, wenn man die fragt, die beschreiben das so, dass das ein erhöhter Gehalt an Kohlendioxid ist. Das führt dann zu einer Übersäuerung des Blutes und kann dann zu allem Möglichen führen. Hier wurden aufgeführt Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, Müdigkeit, Schwitzen, schlechte Feinmotorrekord, Blutdruck, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit im Extremfall. Im fortgeschrittenen Stadium Panik, Krampfanfälle, Koma. So, wir wollen uns die Studie mal anschauen. Ich habe sie, wie gesagt, im Internet aufgerufen. Hier sehen Sie die Überschrift oder das Deckblatt. Die Autorin ist Ulrike Butz und es ging um die Rückatmung von Kohlendioxid bei der Verwendung von Operationsmasken als hygienischen Mundschutz am medizinischen Fachpersonal. Als Ziel der Studie wurde damals formuliert, also wie gesagt, vor 16 Jahren, da besteht auch nicht der Verdacht, dass das jetzt im Zusammenhang mit Corona geschrieben worden ist. Bislang existieren keine Studien, welche prüfen, ob es neben den genannten und bislang untersuchten Effekten zu einer CO2-Rückatmung bei Operationsmasken kommt. Es soll bewiesen werden, dass es zu einer CO2-Akkumulation, also Anhäufung unter der Maske und infolgedessen zu einer CO2-Rückatmung und einem daraus resultierenden Anstieg des Kohlendioxids im Blut kommt. Dann hat man 15 männliche Probanden gefunden. Die haben freiwillig mitgemacht, Alter 18 bis 40 Jahre. Es gab Ausschlusskriterien, wenn jemand regelmäßig Medikamente eingenommen hat, Raucher war oder kardiorespiratorische oder neurologische Erkrankungen hatte, wurde er ausgeschlossen von diesen Versuchen. Zwei handelsübliche Masken wurden getestet. Damit Sie die mal gesehen haben, blende ich die Ihnen hier als Screenshot ein. Und dann wurde der Versuchsablauf beschrieben. Drei verschiedene Testreihen zu zufälligen Zeitpunkten. Also wie gesagt, insgesamt dann bei 15 Testpersonen 45 Versuche. Und zum Hintergrund dieser Dissertation wurde geschrieben, dass es bis zum damaligen Zeitpunkt, also 2004, verschiedene Studien gab, die untersucht haben, wie die Konzentration von Kohlendioxid sich angehäuft hat im Blut von Patienten, deren Kopf während Augenoperationen mit einem Tuch bedeckt war. Und das hat dann irgendwie unter den Ärzten zu der Frage geführt, was passiert da eigentlich mit medizinischem Personal, wenn die solche Masken tragen bei Operationen? Gibt es da ähnliche Effekte? Das war der Hintergrund. Und jetzt hören wir, was das Ergebnis dieser Studie war. Aus der Dissertation, das ausgeatmete CO2 konnte nur teilweise durch die OP-Masken entweichen. Dadurch kam es unter den Masken zu einer Akkumulation, also Anhäufung von CO2. Dieser Effekt führte zu dem Ergebnis, dass die Probanden lufteinatmeten, deren CO2-Gehalt höher war als derjenige der umgebenden Raumluft. So, wie gesagt, Messzeit 30 Minuten und dazu heißt es in der Dissertation, es darf jedoch angenommen werden, dass die Effekte in der täglichen Klinikroutine ausgeprägter ausfallen würden. Die Operationsmasken werden häufig sehr viel länger getragen. Die ganze Studie wurde an normal atmenden Personen im Ruhezustand gemessen, 30 Minuten. Dann stellen Sie sich mal vor, das ist mit Schülern im Klassenzimmer nicht nur 30 Minuten, sondern 4-5 Unterrichtsstunden. Bei körperlicher Arbeit und physischer Anspannung wird die Atmung aktiviert, was zu einer stärkeren Rückatmung von CO2 führt. So, und das war eine klare Aussage, dass da eine Übersäuerung des Blutes stattfindet, weil verstärkt CO2 eingeatmet wird. Und was dann passieren kann, das konnte man auch im Ärzteblatt nachlesen, und zwar am 27. April dieses Jahres 2020. Da hat man Edwin Bölke interviewt, den geschäftsführenden Oberarzt an der Klinik für Strahlentherapie und Radio-Onkologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Und der hat gesagt in seiner ersten Antwort, nicht für jeden Menschen ist das Tragen einer Maske unbedenklich. Und dann hat er weiter ausgeführt, Bei stärkerer körperlicher Anstrengung besteht die Gefahr der Hyperkapnie und schließlich auch respiratorischer Acidose. Das habe ich natürlich nicht gewusst, was das ist. Das habe ich nachgeschlagen. Das ist eine atmungsbedingte Übersäuerung des Blutes, wenn man viel CO2 rückatmet. Und dann heißt es, das hat der Oberarzt Herr Bölke hier ausgeführt in diesem Interview, anfängliche Symptome einer Hyperkapnie sind Kopfschmerzenschwindel, Hautrötungen, Muskelzuckungen, kardiale Extrasystolen. Im fortgeschrittenen Studium können Panik, Krampfanfälle, Bewusstseinsstörungen auftreten. Ein hyperkapnisches Atemversagen findet man bei einer plötzlichen Verschlechterung. Das ist der Extremfall. Und daraus zog natürlich das Ärzteblatt selbst das Fazit, dass wir in der Überschrift dort lesen konnten, nicht für jeden ist das Tragen einer Maske unbedenklich. So, das ist ein Versuch, der im Rahmen einer Dissertation durchgeführt wurde und der ziemlich viele Alarmzeichen klingeln lässt, weil das ja in einem ganz normalen Routineumfeld gemacht worden ist. 30 Minuten bei fehlender Anstrengung, also ganz normale Routinearbeiten. Bei Schülern ist das ja auch so. Die sitzen da, atmen normal, versuchen es jedenfalls unter solchen Bedingungen, sitzen aber da ein paar Stunden in der Schule. Und dann fragt man sich natürlich, haben die das alle nicht gewusst in der Politik von ihren Experten? Haben die nicht nachgeschaut? Warum haben die dann die Schüler trotzdem verdonnert? Unser jüngster Sohn hier in Baden-Württemberg geht am Montag wieder in die Schule und da ist keine Maskenpflicht im Klassenzimmer zum Glück. Und in anderen Teilen Deutschlands gibt es bis jetzt noch solche Vorgaben.